Die Pfirsiche kommen nicht richtig aus dem Arsch, wachsen nicht. Die Raten bauen auch extrem ab. Hängt zwar noch einige dran, Grüne, aber es geht sein Ende zu. Hier hängt noch ein paar mehr dran. Aber nicht mehr viel. Ein paar kleine Bläumchen, denke ich noch. Bei meinem Busenkohl kommen die ersten Röstchen. Die ersten Röstchen sind zu sehen. Da steht noch ein Gigant. Normale Kolrapis habe ich auch noch. Ja. Sehen gut aus. Hier noch ein Schönen. Einen schönen Gigant. Neues Projekt. Fußweg. Da habe ich erstmal 50 Stück. Auf zwei Mal. Mehr als 25 kann ich den Auto nicht einladen. Hat schon Elende zu knabbern gehabt bei 25. Auch die Stangenbohnen kriegen auch schon gelbe Blätter. Aber blühen noch. Nach den guten. Ich würde sagen, noch drei Wochen. Drei Wochen können wir ernten. Schöne große Trauben. Ich würde sagen, eine Traube hat bestimmt. Zwei, drei Homogramm. Nach diesem. Nach diesem, über das kleiner. Ja? Ich habe hier eine große Traufe drin. Schöne Weintrauben. So, hier kommen wir mal. Ein Stück. Ein paar Pflaumen. Eine Gurke. Sensationell. Die erste. Die Tomaten. Und unten sind ein paar Paprikas. Dann sind noch ein paar Zucchinis. Und ebenfalls ein paar Pflaumen. Das ist nicht das. Das sind noch welche. Und vorne noch grün. Eine. Zwei. Drei. Drei. Vier. Und bei den geplatzen, wo hier gesagt ist nichts mehr gekommen, sind auch noch welche. Fünf. Sechs. Noch eine. Die Kurpässe sind schlecht dieses Jahr. Nur ein großer. Projekt. Gehweg. Am Pool. Abgeschlossen. Die Herdbeeren. Sind winterfest gemacht. Die Herdbeeren sind winterfest gemacht. Die Herdbeeren. Eine Reihe. Zwei. Drei. Vier. Zwei. 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 Die ist nie ab. Oh. Lop. Oh. Noch ein schöner Gigant, die letzten zwei. Heute war etwas Wind am Vormittag, hat er mir 2,40 runter gewedelt, hat mir schon ganz gut geschmeckt. Wachen Sie sich. Hängen noch, zwei, fünf, acht, acht Stück hängen noch. Ja, die werden schon noch. Für das kleine Bäumchen, acht Stück, ist in Ordnung. Quitte braucht lange. Viele Quitten. Aber nur an einer Seite. An der anderen Seite hängt nichts. Hier ist es in Ordnung. Hier ist es so. Hier haben wir die Kleidung. Wir müssen uns die Kleidung entfernen. Wir müssen die Kleidung entfernen. Das ist nicht schön. Das war das hier. Das war das hier. Schlepp, grösser, flamen, zwei Kürbisen. Aronia-Beeren, Zucchini, grüne Tomaten und unten alles Äpfel. Und der Highlight, Weintraub. Das wissen wir euch, eine wunderschöne Traube. Ist der Winterboi, nehmen wir hier zwei rein. Hier haben wir noch eine Reihe, Winterboi. Was ich nicht ernten könnte, waren die Pfirsiche. Alle gemeißt. Verbrecher. Jetzt steht nichts mehr. Hier habe ich gesetzt eine Stachelbeere und sechs rote Johannisbeeren. Und auf dieser Reihe habe ich Tulpen gesteckt. Ca. 150 Stück. Es gibt bestimmt ein schönes Bild. Ein frier. Ein frier. Korpfen. Schläft. Zu kalt. Ein frier. Ein frier. Ja. Ein frier. Und. Musik 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 Musik